Hallo Leute und Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 10. Es geht wieder weiter und ich will gleich mal anmerken. Ich habe Monster gefangen. Verdammt viele Monster gefangen. Also nur schon mit Tidus sieht man da, dass ich mit ihm den kompletten Weg von Wacker gegangen bin. Seinen eigenen Weg da ganz links oben bin ich gegangen. Glaubst du da ganz links? Ja. Das heißt, es ist sein eigener Weg gewesen, wo der links so rüber geht. Er hat den Weg von Wacker gemacht, der bis hier oben ging. Wo liegen oder da. Und jetzt gerade ist so Orons Weg am durchgehen. Ja und Rico hat genau selbe gemacht. Nachdem sie ihren Weg gemacht hat sie Wacker's Weg gemacht. Und dann ist sie gerade in Orons Weg und Äh, Wacker ist gerade am Tidus dran. Genau, so wie Oron da auch schon wir gesehen haben. So. Ups. Und ich habe jetzt am Schluss einfach noch ein bisschen Geld gefahren. Und deswegen habe ich da noch ein paar andere Sachen. Ich habe mich noch ein bisschen gelevelt. Aber ich sage es mal so, jeder einzelne von ihnen hat schlussendlich eigentlich so ziemlich immer 1999 Schaden gemacht. Und ich habe jedes einzelne Monster, welches bisher fangbar ist, gefangen. Und wenn ihr jetzt fragt, wie ich das geschafft habe, das war der Trick. Ich glaube, das war so ein gutes Zeug. Es gibt drei Stufen bei dem Speedhack. Also es ist nicht wirklich ein Speedhack. Es macht einfach... Normalerweise ist die FPS auf... ...50. Maximal 50 FPS. Weiter geht's nicht. Das, was ich gemacht habe, ist einfach diese... ...auf 55 auf 100 hochzuschrauben. Also das habe ich unter anderem gemacht, wenn ich was kontrolliert machen musste. Dann gab es noch die Funktion, das Teil... ...die Sperrung komplett rauszunehmen. Dann macht es einfach so schnell, wie es halt eben den Rechner zulässt. Und so habe ich dann auch die Monster gefangen. Ich habe sogar zwei Staffeln von dem Anime gucken können, während ich da gelevelt habe. Ach, wird es vielleicht leider nicht geklickt, das ist so. Aber jetzt habe ich überall, wo ich momentan anfangen kann, was gefangen. Es gibt eigentlich nur ein Monster, das mir auffällt, was ich doch zeigen könnte, weil es... ...ein spezielles ist. Der Rest ist eigentlich gar nicht so interessant. Du bist gerade am Zürchen gewesen. Wenn ich da nach unten schaue... ...ja, der hat doch doch, bis er zurückgeht. Bei anderen haben, glaube ich, einen Rückspherroid gebraucht, aber... ...ja... ...eben für solche Sachen zum Beispiel ist der Speedhacker ich praktisch. Ich hoffe, es zerstört und nichts in der Aufnahme. Weil es ist wirklich nur am... ...spielen ein bisschen angenehmer machen, weil es halt sehr langsam ist. Finde ich zumindest. Ich wollte euch jetzt eigentlich noch die anderen Monster zeigen, die da kommen. Dann kommen aber... ...und schlussend bin ich da nur am Leveln. Ich müsste dann automatisch nach vorne gehen und leveln. ...knopf geben... ...und einfach dann automatisch zu sagen, geh jetzt noch in die Richtung. Bei einer Verzweigung frag mich. Sonst level einfach alles, was du kannst. ...und ohne! Ach... ...und nicht... ...und nicht mehr, wenn du mich ansprechend hast... ...und nicht mehr, wenn du es nicht mehr bist. Sie ist... ...wir gar nicht vergleichen. Wir haben Schluss mit ihr... ...den... 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 ...de... ...m... ...de... ...ira... ...spezial... ....!!! es auch immer heißt trainiert deswegen ist sie auch so noch weitergekommen also mit ausmachen anschaut habe es von ihr die gottes hat genommen es gibt ja doppel ab deswegen hat sie titel noch recht eingeholt obwohl titel ist eigentlich viel mehr und sonst ja wenn ich das als status von den leuten anschauen sieht man dass die drei sehr viel haben und dann kommt der eigen früher extrem stark war mit 60 augen ist kraftwerken sie beide passen als doppelte haben diese sind ziemlich ähnlich drauf muss ich wirklich sagen selbst treffer hat nein treffer noch nicht okay jetzt einfach mal reden und zeig was ich habe ich habe die kleinteufel studiert und einen gemein kleinteufel geschaffen wollte mal zur probe kämpfen ja und ich habe auch herausgefunden wenn man gegen alle die hier kämpft dann kriegt man erstens wirklich alles mit was man sie hat jetzt ein hittexpand deswegen macht sie ein bisschen mehr schaden die uns und alle 9999 bezweifelt dass ich bei dir irgendwas machen kann was schlau ist ich versuche dass man den potzer brechen daneben und ich mag überhaupt nicht das könnten alle sterben oder auch nicht das game overgehen sollte man hier nicht ja dachte ich ja ich habe verloren ich muss doch auch trainieren ja ich habe das morgen ich will kämpfen und sie ist noch dass man da alles glaube ich wirklich ich war fleissig überall ausgefangen da sagt ein gebiet das wir noch nicht war da will ich jetzt zuerst dann schnell hingehen aber ist erst noch der gegner denn ich meinte und zwar das so der da habt ihr glaube ich nicht gesehen glaubt zumindest er sollte nicht lange überleben aber es ist glaube eine runde überlebte keine lust dass einer stirbt obwohl rick von jahr angreifen und dann ist er so wieder dort bei bei ja 40.000 schaden soviel ja der typ kann fräsen ausspucken und sonst einfach langsam angreifen kann man sagen auch und er sollte dann irgendwann noch andere sachen verkaufen den recht noch nicht kaufen konnte ja und waka hat jetzt den angriffstee erlernt das war nachdem ich die erste runde blitzball gespielt habe und ich habe sogar schon ein den rennen neu als mitglied ist noch gerade am schluss dazu geholt aber das sollte nicht alles richtig sein jetzt wenn ich richtig bin muss ich zu geweiht ich glaubt ich bin nicht sicher aber ich glaubt dass es hier weitergeht infidel mann don't these guys ever give up ihr regrett showen your face here will strike you down in the name of yevon bla 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 yeah so guys if they want to fight let's give them one prepare to charge stop captain lady yuna lady yuna is not to be harmed she's no traitor that is an evil rumor spread by the out bed maester meister micha himself told me then what are we to do stand down as she says what was that about evil all bad i truly i do not understand it myself all yevon seems to be in a state of confusion by yesterday they called me out of the blue and made me captain of the guard short on believers yes the chaos in the temples is worse than i'd imagine it's horrible and all the priests do is blame each other i worry what will become of yevon but no i must be the rock that stands against the swirling tides right lady yuna i must tell you your courage has been a great inspiration to me yeah that's great but we came here to see maester micha is he here yes i shall arrange an audience please wait in the courtroom hey hey wait what was all that about the all bad lying and stuff simple yuna has become micah's only hope oh okay just what does he think he can get away with time to teach him some manners yes that's why are you here you must go and defeat sin quickly you have obtained the final aeon from unalaska have you not well we did meet her we fought and defeated her what summoners and guardians will be sacrificed for the final summoning no more you have profaned and subverted a thousand year old tradition fools infants do you realize what you've done you've taken away the only means of calming sin hey maybe that's not the only way we think we've got another the grand maester running away spira has lost its only hope destruction is inevitable it won't die who is this you heaven guy lady unalesca also mentioned him he who crafts the souls of the dead into unholy armor an armor called sin clad in it you heaven is invincible and the only thing that could have pierced that armor you have destroyed nothing can stop it now ahhh ah disappear on us will you rotten son of a trooper where where is the grand maester he um he's not here yet how long must we wait that's odd i'll go look for his grace it's you come to my room okay who you talking to oh oh uh no one i must go see the faith i see hello i must thank you for the aeon so what's up so have you found a way to truly defeat sin well well we fight you yevon yes if you defeat you yevon it will end tell me what do you know about you yevon he's what makes sin come back sin is his armor it protects him you yevon was once a summoner long ago he was peerless yet now he lives for one purpose only to summon he is neither good nor evil he is awake yet he dreams but maybe not forever yeah that's right because we're ending it yes even if you defeat sin with the final summoning you yevon will live you yevon will join with the final aeon he will transform it into a new sin you yevon merges with the aeon then protected by this new sin he has created you yevon continues the summoning for eternity huh but you know there is no such thing as eternity if you end it is there uh-huh you yevon lives inside sin yuna listen when you fight you yevon we will help you promise me you'll summon us i'm afraid your swords and magic won't be enough please call us promise yes but you know when it is all over we will wake and our dream will end our dream will vanish yeah you've been dreaming a long time haven't you i'm sorry i'm grateful about what oh nothing hey don't make that face come on we're gonna beat sin let's see some cheer okay you're hiding something i'm not really you're a bad liar you know i i'm afraid the grand maester is nowhere to be found it's okay we were just leaving oh i see hey maybe you could help us with the hymn hey good idea it's like we need you to tell as many people as you can what should i tell them a ship in the sky a ship in the sky will sing the hymn of the faith when they hear it we need everyone to sing along everyone in spira i'm not sure i understand you don't have to just tell everyone a ship in the sky will sing the hymn of the faith so when they hear it everyone should sing along correct if they do we might be able to defeat sin truly yes that's wonderful you can count on me i shall tell all of spira boah so viele god sinnes so viele god sinnes und es geht noch weiter aber was ich doch sagen wollte ist ähm die übersetzung und dann ist die original japanische übersetzt und die die übersetzung die sie reden ist das englisch übernommen habe ich in einem video gesehen dass es so ist also ja der text unten den ihr auf deutsch lesen könnt ist eigentlich das original final showdown machine i say let's get this show on the road ich kann man es sehen nein geben hat hier keine musik mehr ach fangen wir doch mal an eeha well this is it huh yu yiven's hiding somewhere inside sin and we're gonna find him well that sounds pretty simple hey simple is the way you like it right you got that right you got that right pops i'm counting on ya right got you covered ja ja how's that let's see A singing ship in the sky I hope everyone got the message Shreen! All right, we're going in. How are we going to get inside? The easy way, how else? Figures. Well, let's go. If we can't get through the mouth, we'll rip open a new one. You with me? Now that's what I call a plan. Of course. Of course. All right. Look at that thing a new blowhole. All you got to do is jump. Roger. I won't tell you to be careful. Do your worst, kiddo. Roger. Thanks. Riku, you... guard. Will do. Will do. I think I will the part binden before the fight. Well, that's going to work with a bit of... What? I'm going to be careful about the fight for the fight. Here is the way. Okay. Okay. Well, end up here the fight. I'm going to be careful, guys. Ciao.